Okay, alle anderen sind zurzeit am rumlümmeln und ich bin der einzige der Lingo installieren konnte oder auf einen verdammten Server gekommen ist, was verdammt lange gedauert hat. Und ich will mich jetzt gerne mal hier umgucken. Okay, da ist eine Stadt. Ich hätte vielleicht gucken sollen, wo ich bin. Ich habe so eine kleine Map drüben offen. Ich glaube, die könnte ich auch mal einblenden. Oh, da ist noch eine Stadt. Neben der Stadt. Sind die überhaupt Zombies? Habe ich eine Taschenlampe? Ah. Okay, ich habe keine Ahnung, was für ein Loot in den Häusern hier spawnen kann. Ich habe nur nicht so oft Arma gespielt, dass ich überhaupt weiß, wie diese ganzen Häuser von innen aussehen. Okay. Ach, man kann ja einfach überall reingehen. Das ist ja fantastisch. Auch wenn nirgends wo was drin zu liegen scheint. Okay, da hinten sind zumindest schon mal Zombies. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ja, hoffenweise Zombies. Und... Wow. Ich kann schon mal ein Auto reparieren. Okay, ich bin förmlich unsichtbar. Soviel zum Thema. Man kann in jedes Haus reingehen. Aber nicht in jedem Haus liegt Loot. Oh nein. Ich glaube, die haben mich gesehen. Sie haben mich gesehen. Loot ich? Nein. Okay. Gehen wir mal hier rein. Und hier wieder raus. Standardsalami. Ah, hier ist Hella. Sehr schön. Und hier wieder raus. Und hier wieder raus. Vielleicht sollte ich mir vorher mal angucken, in welchen Häusern, damit man denn überhaupt irgendwas finden kann. Und... Ah! Was ist das? Eine Wasserflasche? Jep. So. Makarov. Hier oben scheint nichts zu sein. Okay, weiter geht's. Rein! Rein! Ah! Rein, 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 rein. Blutig? Nein. Ah. Ich wünsche mir, dass es regnet. In der Dschungel-Oase. Go, 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 go! Ah, ich lopfe direkt auf den Zombies zu. Oh. Hör mich nicht, hör mich nicht. Ah, jemand anderes hört mich. Okay. Was haben wir denn hier alles so schönes? Hm. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Äh. Who's holding a flashlight? Ja, wer hält denn hier eine flashlight in die Hand? Welcher Lümmel? Ist das Wasser? Ne. Okay, das sieht aus wie... wie eine Burg. Da findet man bestimmt tolle Sachen drin. Das ist Wasser, oder? Eep. Das ist Wasser. Egal. Wir legen es drauf an. Was kann man schon verlieren? Schwimm, 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 schwimm! Schwimm! Miau. Ah gut, der Zombie muss den gleichen Kram machen. Ich. Sehr schön. So. Genügend Zeit, um abzuhauen. Das zieht doch schon mal deutlich... Was ist ein Schuss? Oh, ne. Oh, ne. Gib mir ne Waffe. Gib mir ne Waffe. Oh, ne. Wasserpfeife. Ah, da hinten sieht das doch schon deutlich zivilisierter aus. Okay. Und ganz viele Schüsse. Das ist immer gut. Das klippt vermutlich hier voll durch die Wand und man sieht mich auf drei Meter Entfernung. Äh, 300 Meter Entfernung. Ah, nutzlose Häuser. Bin ich wieder oben? Ah, da wollte ich doch nicht hin. Ja, es klippt durch die Wand. Okay, da. Auf zur Stadt. Da sind bestimmt Freunde. Direct Communication. Warum auch nicht. Ah, Ziegen gibt's hier immer noch. Ob's hier wirklich Krodile gibt? Naja, mal schauen. Looking good. Looking good. Zombie. Noch mehr Zombies. Zwei Striche beim Hören. Sieht gut aus. Ich werde vorankommen hier. So. Ah, Loot. Knicklichter. Ah, eine Waffe. Endlich. Und das ist doch eine Müllwaffe. Was soll's. Hab ich noch nie mit geschossen. Und die Heli-Crafts gibt? Hm. Hab ich da eine Spiele-Löcher? Und das ist doch eine Spiele-Löcher. Jep. Eine Spiele-Löcher. Es wird Zeit zu investigieren. Vielleicht ein Spieler. Oder ein Zombie. Oder ein Zombie. Oder ein Zombie. Okay, der Map ist recht frisch hier. Hat sicherlich niemand Ahnung, was er eigentlich tut. Ah, da ist er ja. Hm. Hm. Okay. Das ist immer die allerbeste Idee, die man haben kann. Auf offenen Felden laufen, wo gerade noch eine Flair lag und Leute looten. Äh, aber er hat nichts dabei. Okay. Er hat hingeguckt. Ist wohl hier jemand drin? Ist hier vielleicht irgendetwas drin? Kissen. Ach, wie schön. Ah, Noms. Endlich. Und irgendwo... Ah, ein Kompass. Und Schüssel. Komm, von irgendwo dort drüben. Noch mehr Schüssel. Okay. Anyone in... Irgendwo auf der Jungle Map? Ja. Och, mehr Leichen. Okay. Da ist der tote Zombie. Ist das hier... Ist das hier ein Spieler? Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht, ich hab... Ach, wer noch nicht sieht. Ich muss auf jeden Fall nahe der Leiche sein. Ah, okay. Spieler. Okay, die Range ist absolut miserabel. Friendly? No, come on. Come on. You're friendly, ja? Okay, okay, okay. I'm coming in. I'm coming in. Yeah, I'm coming in. Don't shoot, dude. Don't shoot! Okay. Do you need medical assistance? Yeah, of course. I have broken there again. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Give me a sec, give me a sec. I hold the ban... What did you do? Who shoot me? I'm sorry. I thought you were a bandit. I have no morphium. Sorry. Oh, that's right. Oh, crap, dude. Don't get her coming. Oh, crap. Sorry, 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 man. I don't have enough ammunition. Why are there so many dead bodies here, when you're not a bandit? I'm sorry, dude. Oh, this is horrible. Scheiße, ich hab nicht genug munition. Ich hab nicht genug mit dir. Ich hab nicht genug mit. Okay, okay, okay. Okay, ich glaub du bist tot. Oh, man. Tu mir leid. Okay. Okay, okay. Was hast du denn alles? Oh. Wirefencing, meine Güte Du warst auf jeden Fall gut dabei Add to two Bloods Oh nice, ich hab erst mal meine Waffe weggeglitscht, nur weil ich die Hatchet aufheben wollte Na ja, was auch immer, weiter gehts Hallo, friendly? Hallo Hallo Hallo, ja Ja Seriously? Du bist neben mir? Okay Sorry, ich habe gerade den Mann da, weil ich dachte, er würde alle hier in der Stadt töten Und jetzt bin ich... ja Jetzt bin ich f*** Oh Ich habe ein Double Bloodshotgun, aber nur ein Ball ist weg Oh, ich bin bleeding, gib mir einen Sek Ich bin ein großes Problem Was zum Teufel geht hier ab? Okay, okay, Waffen nachladen und weiter gehts Okay, ich helfe dir, nicht zu Angst Ich bin sicher, dass du jemanden nicht zufrieden hast Ja, ich bin sicher, aber ich bin sicher Ich bin sicher Ich bin sicher, dass du jemanden nicht zufrieden hast Ja, das ist gut. So viele Clippingfehler. So viele Clippingfehler. So viele Clippingfehler. So viele Clippingfehler. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche mehr Ahnung. Und vielleicht Blut. Lieber mal die Achse nachladen. Okay, okay. Vielleicht mal orientieren. Wer ist hier wo? Wir sind der Benino. Gehe ich auf den Desktop und gucke ich auf die Karte? Ja, Benino. In der ersten Zeit gibt es noch keine Messages, dass jemand getötet wurde. Scheinbar. Oh yeah. Okay, jetzt brauche ich noch Munition, die anfühlt. Oh mein Gott. Es wird immer besser. Ich habe eine 1911er gefunden. Ich kann mal sagen, wo du die ganze Scheiße findest. Ich habe noch nichts gefunden. Gar nichts. In den Häusern. Außer von dem Typen, der hier tot war. In 5000 Häusern drin gewesen. Ah, so knapp finde ich das. Das wäre gerade Munition für die. CZ 500... 500 irgendwas da. 550. Konnte man nicht Munition irgendwie umkonvertieren? Keine Ahnung. Scheinbar nicht mit der CZ 550 Muni. Fuck, fuck, fuck. Egal, die 1911 war die schon mal verdammt gut. Wie gesagt, habe ich schon was zu trinken, Painkillers, was zu essen. Munition habe ich auch. Aber keine Waffe. Noch nicht. Mich hat keine Ahnung, wo ich bin. Ach, gehe ich schwimmen oder gehe ich nicht schwimmen? Oh, hier ist noch eine Leiche. Oh. Mehrere Leichen. Es gibt hier eigentlich durchgehend Spieler-Kontakt. Egal, wo man hingeht. Hier ist auch voller nichts. Ey, es gibt es doch gar nicht. Hier ist alles leer gelootet, ne? Entweder das oder das spawnt einfach kein Loot. Ja, dadurch, dass hier so viele Leute auf dem Service sind, gehe ich mal davon aus, dass alles leer gelootet ist. Leg mich jetzt hier mal hin, ja? Und check mal die Lage aus, ja? Guck ich einfach mal auf der Map, wo es einen Leuchtturm und Baracken gibt. Ah, hier ist die große Stadt, die ich gerade gesehen habe. Okay. Schön, dass hier alles so in Schwarz- und Weiß-Tönen ist und ich einfach nichts erkenne. Oh, auf der Map ist ja echt... kannst du da nichts sehen. Gar auch nichts. Wie gesagt, gehe in eine große Stadt, stell dich irgendwie auch an den Straßen und gucke, ob da Schilder sind. Naja. Okay, das sieht aus wie ein Supermarkt oder so. Oder vielleicht auch einfach nur ein Apartmentblock. Ich will mich ehrlich gesagt über ganz neue Tiere freuen, weiß ich was weiß ich, so ein Krokodil oder so. oder so ein K... vielleicht sogar so ein Känguru oder sowas, was hier rum springt. Ich weiß hier auch, was der Typ gemeint hatte hier, von wegen... könnt ihr nicht mal die neue Map spielen, bei YouTube da, bei deinem YouTube-Video. Und wieder... Spielerleiche. Also ich hab Munition für Neu-Volvo? Was weiß ich noch... Munition? Sag uns ruhig mal, bitte. Ich hab hier ne Spieleleiche direkt auf der Straße, die ich mal versuch'n will, zu looten. Ohhhh... Lee-Enfield-Munition. Ansonsten... nichts, was ich nicht scharniere. Oh Gott, ich wurde angeschossen. Fucking hell! Tod? Ja. Nähp! Es war also ein Bait. Nähp, ja. Ich bin voll reingegangen. Soviel zu Lingo Island. Oh, das nächste Mal treffe ich mich mit euch und dann geht's richtig los. Also Ich bin kind, okay, mal Never Kind. was ist in da teilen, aber ich bin GRELIE tornado. den.. hier fern mir admin eight думаю.